Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von New Glider. Jo, im letzten Part habe ich mich gewagt, mich dem Golem-König zu stellen, aber das ist irgendwie nicht ganz gut, es ist mir überhaupt nicht gelungen. So, sagen wir es kurz und schmerzlos, es war ein Fail, aber der Kerl ist machbar. Ich habe halt auch zu schnell die Tränke verbraten, das war auch nicht so gescheit. Ja, aber aus Fehlern ernt man normalerweise und somit kann es für uns ja nur noch besser werden. So, zack, ernt man gerade mal. Ah, das wollte ich nicht. Aber es ist mir trotzdem gut ausgegangen. So, wieder zurück. So, weiter rauf. Okay, das war eigentlich eine Sackersön, also Fehl wieder mal. Zack, so, ist gut und tschüss. Aber er wäre machbar. Also schön fester draufhauen, das geht. Das klappt schon mal, ne, den brauchen wir nicht. Ups, da, da. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ich habe Zweige und Ranken und was weiß ich noch alles, zack. So, und weiter geht's. Servus, zack, zack. Uah, okay, dann habe ich verloren. Zack, zack. Und ab in die nächste Abteilung. Schön flotti karotti. Ich werde auch dann nochmal, wenn wir vor dem Tor dieses Golemkönigs stehen, werde ich nochmal ganz schnell mich rausporten. Und zwar mit dem Hintergrund, dass wir dann nämlich noch ein bisschen Bonusleben haben. Vom Bettchen und so, ne, als wir mal ausgeruht sind. Und das möchte ich ehrlich gesagt gerne mitnehmen. Das war ein Fail. Fail. Au. Ach, ich hasse dich. Ob das mit dem Bogen leicht ist? Wenn wir denn mal einen haben. Puh, Gott sei Dank kein. Ui. Okay. Ähm. Wir sind schon wieder voll. Ach, wie schön. Okay. Ähm. Ja, die Zweige muss ich verbraten. Die Ranken muss ich verbraten. Und das werden wir noch verbraten. Äh, alles bitte. So, dann muss ich schon zurück. Die sind nämlich voll. Okay. Zack. Was haben wir hier Schönes? Äh, das muss am Rand sein, ne? Ähm. Dann werden wir das mit dem tauschen. Dann, was bist du? Fluch-Effekt des eingrenzenden Blockers. Äh, Gegenstand ist blockiert. So. Ähm. Würde ich vielleicht sagen. Nehmen wir den Stoff. Für, na. Für besseres Decken. Wobei es eh nichts bringt. Na, eigentlich könnte ich schon abhauen. Weil wir sind sowieso voll. Wir haben einen Platz noch. Ich meine, wir haben ja erst angefangen. Und dann, also diese Abteilung hier. Würde ich sagen, wir hauen kurz ab. Ja, bitte. Und tschüss. So, jetzt. Ich bin zu früh. Zu früh. Äh, ähm. Ja. Das Geräusch gemacht. Dann bringen wir das Ganze zurück. Ähm. Ich werde dann noch ein paar Tränkeleins brauen, glaube ich. Oder? Scheiß mal drauf. Fünf Hättmann. 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 Hey Mann, wir hätten fünf Mann. So. Zack, 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 zack. Ich glaube, ich kann nicht darauf verzichten. So, zack, zack, zack. Halt, zack. Nein. Zack, zack, zack. Und das da. Boah, da können wir die nächsten Parts über ganz schön brav verkaufen, ne? Bam, bam. Ja, und weiter geht's. Aber ich würde schon liebend gern diesen Golem-König verdreschen, ehrlich gesagt. Das würde mich schon sehr reizen. So, falle ich wieder in den Abgrund, sobald ich den Hanschen betrete? Na, nix. So. Jawohl, der hat sich angekaut, der hat sich angekaut, der hat sich angekaut. Woho. Na. Zack. So. Zack, 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 zack. Weißt was? Du bist echt nah. Jetzt renne ich genau in den Deppen rein. Du bist sowas von lästig. Geh, sterben. Halt das Geld mehr. Upsala. So. Ah, jetzt wieder sowas. Das brauchen wir nicht. Hups, 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 hups. Jawohl. Elegant. Und hups, hups, hups. So. Und der nächste Raum. Lalalala. So. Na, du. Oh, durst du explodieren? Oh. Hast du mich nicht getroffen? Oh. Du armes Ding. Oh je. Halt, bleib da. Ja. Glück gehabt. So. Das war richtig Glück. So. Da drüben ist noch was für uns. Vielleicht. Oh je. Der Kerl. Komm da. Komm da. Ich warte auf dich. Hui. Und Attacke. Zack. Zack. Das war's für dich, du Mistwisch. So. Lala. Lala. Lalalala. Was haben wir hier? Fluch-Effekt des Angrenzen-Blockes, äh, blockierte. Zerstört den Gegenstand. Ja, das können wir schon mal so. Das können wir schon mal. Na. Weißt du was? Na, machen wir nicht. Wir machen das mit dem Gegenstand, weil dann weiß ich gleich, ob ich ihn stacken kann. Oder ob ich mir das aus die Haare schmieren kann. Geht. Das ist ein gutes Steinchen. Das passt. Das ist ein guter, ein gutes Item. Halt, da ist noch nie. Noch eine Vase, die nix hat. Zack, zack. Den haben wir souverän ausgeschalten. Wow. Zack, zack. Genauso wie den auch. Zack, zack. Nein, ich fall nicht runter. Danke. Fertig hier. Fertig hier. Okay. Da steht irgendwie ein Türl. Das ist ja komisch. Habt ihr denn drüber den Raum gesehen? Ich glaube, ich gehe jetzt eh mal dorthin. Das sah jetzt echt komisch aus. Ist das ein Geheimgang? Das wäre lustig. Ah, lustig, wollte ich sagen. Ja, der hat sich angekaut. Hahaha. Frodo. Der auch? Nein, der nicht. Scheiße. Ah, ich bin runtergefallen. Ah, der tut mir an. Hilfe, Hilfe. Du bist fink. Ah. Zack. Das haben wir kein Problem mehr. Jetzt hat er sich endlich angekaut. Super. So, der dämliche Stein. Aber dafür hat er nette Sachen für uns. So, was haben wir denn Schönes? Äh, Fragezeichen. Was haben wir hier? Fluch-Effekt wird blockiert. Das ist schön. Dann werden wir gleich wieder dasselbe Spielchen machen. So, zack. Und dann nehmen wir gleich den da. Wir haben bekommen, ja, der bessere Stahl. Dieser Hartstahl. Das ist gut. Hart wie grub Stahl. So, wir wollen runter. Runter. Rüber. Ich bin gesund. Boah, waren wir jetzt da drüben schon? Ich glaube nicht, ne? Ah, warte. Ich sehe gerade auf der Karte. Es wird sich gerade auszahlen, das zuerst zu machen, weil da geht's nicht weiter. Halt, halt, halt. So geht das, ne? So, hab dich. Jetzt bist du dran. Du bist Finky. So. So, und du. Du, Booting. So. Sehr gut. Äh, ich schaue noch kurz nach. Oh, da geht's runter. Oh, da. Oh, na. Jetzt werden wir den Dungeon verlassen. Wenn wir das Buch nehmen. Da kommt nämlich dieses Schleimmonster. Hm. Wäre auch egal, oder? Wäre auch egal, oder? Wobei, wir könnten noch probieren. Ich bin runtergefallen. Wir könnten noch eines probieren, aber ich glaube, das klappt nicht, ne? So ein Dungeonwechsel klappt, glaube ich, nicht, ne? Außerdem müssen wir kämpfen. Das wäre, glaube ich, jetzt eine sehr blöde Idee von mir. Ich glaube, das war eine äußerst dämliche Idee von mir. Weil das Viech, ähm... Na, diese Schleimviecher. Die gehen mir furchtbar auf den Keks. Ah ja, da ist er schon. Kann ich looten? Ah, Steine. Ich hasse Steine. Ich wollte nur schauen, wenn ich nämlich Glück habe und den Dungeon vielleicht verlassen dürfte. Also, in die nächste Ebene. Na, ich triff mal was. Na, ich glaube, das war keine so blendend gute Idee. Ich nehme so ein ekelhafter One-Shotter. Das Viech nervt halt tierisch. Oh je. Ich glaube, ich mache das jetzt gar nicht so gut. Da wollte ich eigentlich hin und schauen, ob wir losgeworden sind. Ja, wir haben Ruhe. Gott sei Dank. Das lief gut. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So. Fisch. Okay. Nein, ich bin gerade voll entzückt. Also, wir können... Ich werde sofort auf der Stelle... Wir werden es mir jetzt mal kurz rausborden. So. Und die Sachen mit Sicherheit bringen, die wir gesammelt haben. Wie siehst du hier links? Cool. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn man die Ebene wechselt, wird man dieses Schleimfisch los. Das ist super. Ja. Das ist super. Ich traue mich nämlich nicht, das zu besiegen. Ich habe so Schiss. Wenn es mich trifft, bin ich wahrscheinlich wieder tot. Aber vielleicht eines Tages werde ich mich trauen. So. Also, nichts wie rein in unser gutes Zuhause und unsere Taschen ausleeren. So, weg damit. Na, das war verkehrt. So. Ja. Und weiter geht's. Boah, das war echt nicht schlecht. Ich wollte es nämlich wirklich mal probieren. Bin froh, dass wir es geschafft haben. Hoppala. Bitte zurück in Dungeon. Sehr gut. da hat uns ausgespuckt und es geht weiter sehr gut es ist gleich viel angenehmer diese schleimviecher ich hasse sie weg na du hammer faust fast aber jetzt haben wow der ist ja schon großzügig das freut uns heilen brauchen uns noch nicht okay ein magierdepp und eine gefräßige ich muss essen kiste so aber dafür hat er haufen weißen tränke so der ist einmal entschärft so er hat mich jetzt ordentlich leben gekostet ist ein mistfink und ich muss aufpassen große tür ist pfui pfui vorher noch mal den danschen verlassen alles rausbringen was wir gesammelt haben und dann können wir uns den boss stellen du nimmst mir das nicht weg alles so zocki schön mit der ruhe das brauchen wir jetzt da hat man schon den pfeil okay also da geht es weiter so ist das wahrscheinlich gemeint so gemeint dass man da weiter kommt ach so der pfeil am rand ich verstehe schon das ist immer das zeichen dass man weiß auf der karte okay jetzt in den nächsten zum nächsten danschen abteil gegenstand geht kaputt wenn zu viele treffer das macht uns überhaupt nichts weil wir haben hier was ganz was tolles und schicken den gegenstand sofort nach hause tschüssi das einmal und was haben wir hier flucheffekt wird blockiert was haben wir da flucheffekt wird blockiert cool okay also zack zack dann nehmen wir gleich mal den da zack und machen so passt dann packen wir das mit ein und gut ist der wahl also große tür ist pfui pfui haben wir uns gerade gemerkt deshalb haue ich wieder ab gehen wir kurz baden so und weiter zur nächsten tür so hier war nur der eine ausgang was ist das da drin für die komische truhe da schau mal au eine dämonentruhe schaut voll komisch aus komm hau dich an ja so muss das ausschauen du batzen das wird jetzt interessant so ja aber lief nicht so schlecht jetzt bin ich gespannt was das für die truhe ist die schaut voll komisch aus wow was ist denn das der gegenstand geht kaputt wenn zu viele treffer das glaube ich weniger weil wir den gegenstand gleich dann nach hause schicken wenn es geht haben wir was zu nach hause schicken ja hier was haben wir dann hier zu viele treffer ne ja macht auch nichts weil wir die bringen den vielleicht auch bald nach hause mhm das ist die frage was ist mehr wert ne das ist ziemlich viel wert dann schauen wir dann schauen wir dass wir den gegenstand nach hause bringen weil ich glaube das andere dingens ist verschmerzbar so flutsch was war hier fluch effekt wird aufgehoben ne ja warte noch kurz werden wir gleich haben ähm bei rückkehr vermehrt sich dieses dingens hier ja zu ich würde sagen das ist ein mehr wert 100 300 um Gottes Willen es dafür nicht opfern ähm werde es aber tauschen mit dem da na so jetzt haben wir es glaube ich gut was haben wir hier fluch effekt blockiert der rest verwandelt sich alles ne das wollte ich sowieso mal ausprobieren ob 5 gegenstände von dem auch zu 5 gegenstände von dem werden aber da das wollte ich auch schon mal testen weil das wäre nämlich ganz interessant das werde ich auch hier testen 2 3 4 5 schräg 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 wie ich sage hier dann können wir den bist du mehr wert 300 was bist du wert 230 bist du mehr wert das ist voll schlimm ne wie viel bist du wert so dann hätten wir das schon mal was ist mit dem da oben geht kaputt wenn zu viele treffer ähm dann machen wir den da zu dem hier so passt dann können wir das stacken dann passt das auch so dann was haben wir hier noch schönes Fluch effekt blockiert ich würde aber gern noch irgendwas könnte ich nur das so machen das kommt weg und dann könnte ich nur noch den hier so probieren das kann hat hier noch platz ja was mache ich jetzt mit dem da da werde ich das verkaufen so schluck und dann kommt das noch mit so das ist eine saugeile Truhe jetzt gewesen ich bin jetzt wieder mal voll wie ein Christbaum das heißt ich muss schon wieder abhauen ich muss das nach hause bringen auf alle Fälle also ja bitte dann können wir gar nicht so wenig Zeugs ich verbrate jetzt ganz schön viel Geld ne aber ich möchte auf jeden Fall noch schauen dass wir diesen Golem König töten können das wäre mir eine große Freude ich hoffe ich kriege das hin da 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 haben wir jetzt noch eine Fibel ne genau und hier hätten wir noch sowas genau jetzt ist das mal voll das passt so da so alles schön bunkern äh die Tränke ja warte die sollte ich vielleicht mitnehmen da zack 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 die 3er Tränke nehme ich glaube ich mit so sehr gut und nichts wie zurück boah ich bin grad ein bisschen nervös ich hoffe wir kriegen das hin so na geht schon da ich hätte das machen sollen vor dem Tor beim ähm beim Boss ne jetzt muss ich nochmal darauf kämpfen muss das nochmal machen gut nachdem ich so ungeschickt bin werde ich ähm noch den Dungeon fertig erkunden und werde versuchen wow dass wir noch ein bisschen was mitnehmen können für uns ja das war super zack zack ah der war zu spät alter jetzt bist du hin voll erwischt so ist da ein Skelettilein ich sehe nix ich glaube nicht ne gut halt falsches Ding da muss ich sagen da haben wir noch eine Ruhe alter Schwede der Dungeon da also der dritte Ding ist echt groß das soll jetzt keine Beschwerde sein aber es ist echt groß ja der hier schonmal der hat natürlich nichts gehabt so der hat dafür viel so schauen wir mal nicht buggy das ist schön wird nach hause teleportiert wird nach hause gebracht Flucheffekt blockiert ok also fangen wir mal an so als erstes das als nächstes das da sehen wir gleich was wir haben Stahl ok dann könnten wir sagen zack das schicken wir nach hause was haben wir hier im angrenzenden Flucheffekt blockiert das möchte ich gerne hier haben damit ja nichts passiert und auch das möchte ich sicher jetzt aber da mal haben damit da nichts passiert weil wir können dann super klasse gewünschte Gegenstände wegschicken so super klasse ist das na? Herr Magier wow so muss das ausschauen zack 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 und zack wow so ist gut so zack und zack da ist sonst nichts mehr wie es ausschaut ne? da verdächtig ist es aber schon oder? ich hätte vielleicht runterwollen sollen nochmal oh langsam da 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 Zeitenwechsel zack 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 ich bin runter purzel zack du nervst gleich mal schön verprügeln so wie sie es gehört sehr gut sehr sehr gut sehr 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 gut zweimal Explosionen Der ist untergefallen. Der Trottel. Na komm da. Jawohl. Und zack, zack, zack. Das kann man sicher dann später mit einem Pfeil und Bogen besiegen bestimmt. So, aber ich hab noch keinen. Wär wahrscheinlich auch gegen einen Golem-König cool gewesen, sowas zu haben. So. Also das ging jetzt schnell mit dem Ausrotten. So, bitte sei nicht Buggy. Ist Buggy. Okay, dann müssen wir raus. Hui. Und tschüss. So, ist gut. Gehen wir nach Hause. Es kann halt immer wieder passieren, dass die Kisten... Ja, spinnen. Ja. Schade. Die sind recht weit gekommen. Aber wir können es ja nochmal probieren. So. Also, hohrt mal wieder alles. Wenigstens ist mal gespeichert, ne? Schade. Ach, den Trank wollte ich behalten, ich Idiot. So. Zack, 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 zack. Bisschen Geld haben wir noch zum Verbraten. Tch. So. Na gut. Ich würde aber trotzdem sagen, wir beenden den Part hier ein bisschen früher als wir sonst. Dann passt das recht gut, dann können wir im nächsten Part uns wieder frisch dem Dungeon widmen, glaube ich. Machen wir so. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören und Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn die Taschen noch mehr voller sind und die Kisten. Ja, dann muss das hier rein. Also gut, tschüssi.